Heute führ ich im Test die Superböller A von Feistl. Das sind einfach A-Böller, die es aber Superböller A genannt haben. 90er Jahre, mit Tannwald-Logo noch, es ist ein sehr schönes Logo. Reißen wir mal auf und zünden diese. Vorne sind sie noch zugestopft und hinten gekleppt. Ich würde sagen, zünden wir mal an und gehen in Deckung. Ja, sind echt geschwächt. Schäppern ordentlich, schon die Größe, echt schöne Böller. Wirklich schöne Dinger, vor allem zerlegen die sich ja wirklich komplett selber. Auf jeden Fall, wer noch mal herankommt, heute ist noch mal solche wirklich Top-Teile. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.